10. Dezember So mitten in der Winterzeit, wenn's draußen kalt ist oder schneit, darf eine Sache fehlen nicht, das leckerste Adventsgericht. Ihr habt es sicher schon erraten, es ist der Apfel. Der gebraten und mit Rosinen, Pudding, Zimt, die Herzen froh und heiter stimmt. Ich brauch's wohl nicht dazu zu sagen, hier geht die Liebe durch den Magen. In einem kleinen Apfel, da sieht's gemütlich aus, Es sind darin fünf Stübchen, grad wie in einem Haus. Es sind darin fünf Stübchen, grad wie in einem Haus. In jedem Stübchen wohnen zwei Kernchen, schwarz und klein. Sie liegen drin und träumen vom warmen Sonnenschein. Sie liegen drin und träumen vom warmen Sonnenschein. Sie träumen auch noch weiter, ja, einen schönen Traum, Wie sie einst werden hellen am schönen Weihnachtsbaum. Wie sie einst werden hellen am schönen Weihnachtsbaum.